Die Grünen sind in der Regierung aus meiner Sicht eine große Enttäuschung, wie für viele Wählerinnen und Wähler der Grünen, weil sie sich erstens total zurückgezogen haben in alte Ideologie-Bastionen. Sie denken nur an ihre alte Partei-Ideologie, weniger an das Gemeinwohl der Bevölkerung, ob das in Energiepolitik ist und auch bei so Grundsatzfragen. Man merkt es ja, Tierhaltung soll reduziert werden, um Fleisch sozusagen aus dem Markt zu drängen. In den Münchner Kitas haben die Grünen durchgesetzt, dass keine Wurst, kein Fleisch, kein Fisch mehr angeboten wird. Und da wird schon ein kleiner Kampf drüber geführt. Kein Fisch mehr angeboten wird. Aber essen darf man es trotzdem, ne? Ja, wenn aber natürlich dort nichts gibt, gibt es nichts. Aber sagen Sie nie dazu, das ist interessant. Ich sag's ja jetzt gerade Ihnen hier. Es klingt so, als würden die Kinder, ich muss so nachfragen. Nein, ich hab's von mir aus gesagt. Nein, nein, nein. Also es ist so, die Kinder dürfen selbstverständlich weiter Wurst essen. Ja, daheim schon natürlich. Ja, auch in der Kita, wenn sie sie selber mitbringen. Ja, aber das bietet die Kita nicht mehr an, das ist eine Grundsatzentscheidung. Ich finde, wir haben 1% Veganer, wir haben 7% Vegetarier. Finde ich alles gut. Aber diese Umerziehungswünsche, die es von einigen gibt, die lehnen wir halt ab. Und ich finde, jeder soll selber, darf ich zu Ende sagen kurz? Ja, jeder soll selber entscheiden, was er ist und was er will. Wir sind ja heute im Drift. Ja, jeder soll selber, darf ich was hier gerne hören. Untertitelung des ZDF, 2020